bin wieder da die zimmer die zimmer er hätte vielleicht den generator vorher ausmachen soll jetzt sehe ich gerade was mit ihm passiert ist herzlich angekohlt feindex dankeschön für acht monate mager was denn für eine kritik ich habe doch gerade gar nicht darf ich nicht mal mehr witze machen ich hab doch gar nichts kritisiert ich habe witz gemacht und jetzt lass mich funken hallo ich habe gerade rausgefunden dass ich mutter werde ich muss mich darum kümmern dass dem kind gut geht muss kindergeld beantragen was ist das ok ich habe den strom für das funkgerät angemacht elli dreht rein knapp und ich bin schlüssel gut gut wenn denn irgendwo ne tür gehabt die verschlossen wenn der bestimmt unten wie viele pillen haben wir eigentlich ich glaube das ist ganz cool ah der schlüssel war für hier bestimmt das ist bestimmt nicht ohne grund abgeschleusen ok ich sag ja julia und ramona die lauf story das wird der scheiß gehen wir gleich auch und wir überspringen das ganze liebesgeschnurte und julia ist schon schwanger ich habe keine aktive füße übrigens adam dankeschön für zwölf heitig dankeschön für acht monate von reglingstein dankeschön für deine subskribierung dankeschön dankeschön für drei monate und willkommen zurück leute gruselig niemals machen wir einen kinofilm an gruselig Okay, Jan. Okay, Jan. If I ever were to lose you, I'd truly lose myself. Das klingt doch allmählich nach was. Ach, ich bin schlecht. Nein. Die muss erst mal Hornhaut wachsen. Das ist alles. Ja. Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Ist es ein Cabrio? Kommst eh nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst ein Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Wieso sagst du da nicht einfach ein Haufen Kätzchen? Ich weiß nicht wieso. Es heißt einfach Wurf. Echt voll dämlich. Es ist kein Wurf Kätzchen. Okay, okay. Heiß Luftballon. Mehr gehen, weniger reden. Boah, Mietzi, du schreibst schon wieder viele tolle Sachen im Discord. Mietzi, Mann. Ich will nicht Leuten so eine Nachricht schreiben. What the fuck? The lead message, yes. Vorsichtig mit deiner Pfote. Vorsichtig mit deiner Pfote. Okay. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mir selbstbewusst sein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Willst du schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Du bist mies. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ellie, komm her. Sieh dir das an. Siehst du? Siehst du? Da drüben. Schau. Ja. Ich sehe es. Ja. Sieht aus wie... Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön, reingeworfen zu werden, was? Tja. Eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Ja. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Ich bin wirklich sehr wütend. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. aus der sechsten klasse der sich entschuldigen will weil er immer so fies war wie bitte meine freundin und ich haben immer gemeckert wenn er die feierfleisch terroristen nannte wir mussten oft nachsitzen du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen ist schwer wenn jemand so fies ist trotzdem und wieder ein tauchgang wo bringst du mich hin ein neues paar turnen schuhe ich will hast du eigentlich davon nicht genug hier okay ach scheiße genug geraten oh gut aber ist es eine riesige comic-heft sammlung nein warte ein neues dvd set ja welches denn los ja vielleicht laser bis die soll mega sein ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht in welchem teil der story sind wir fangen gerade anscheinend reisen da wären wir das ist er überraschung es ist ein gottverdammter dinosaurier ja das sehe ich aber bricht ihr nicht den hals wenn du unterfällst sie mich an ich bin auf einem riesensaurier was tust du da nicht springen kletter einfach runter hast du das gesehen ja habe ich war das nicht super super dass du dir nichts gebrochen hast was ist das ein buch ein dinosaurier buch okay schon gut hallo tut mir leid die dinosaurier sind beschäftigt was machst du da moment ein dinosaurier ist hier joel ist für dich sehr witzig es ist auch witzig kapiert du bist alt schon klar jeder ist die vergangenheit das können wir nicht abheften wenn ich das abhefte und verschwindet das ja irgendwann aus meinem buch wenn ich jetzt wieder in die gegenwart komme dann ist das ja gar nicht in meinem ordner also bei mir die arbeit umsonst kommt so gnatus großer name für die zwerge by the way um kurz mal was aufzuführen so wissen vermitteln und themen behandeln in einem spiel ist großartig nicht nur dämlich rumlaufen und ihr versteht was auch das hirn von dem hier war so groß wie eine walnuss das gibt es ja nicht da habt ihr beide ja etwas gemeinsam nicht schlecht triceratops heißt drei horn gesicht mit dem horn solltest du dich lieber nicht anlegen ja freaky weil das auch überhaupt gar keinen zusammenhang hatte in der story und das einfach beiläufiges geschwätz war das hier ist die haupt story das ist ein kleiner aber feiner unterschied ob sich dein beiläufiger charakter der nebenher läuft ist die ganze zeit voll quatsch rachiosaurus fraß täglich knapp 300 kilo pflanzen muss der gepupst haben der hat richtig einfallen lassen das kauf ich dir nicht ab was kaufst du mir nicht ab für mich ist das ein großer unterschied der sieht wie ein vogel aus in der tat glaubten paläontologen das vögel von den dinosauriern abstammten und ja verzeihung herr professor ich weiß auch das ein oder andere guck mal wie dick sein schädel ist sieht irgendwie aus wie tommy das werde ich ihm erzählen bitte nicht im richtigen licht betrachtet peng tommy dinas hauptcharakter in die synagoge gehen hatte keinerlei mehrwert an keiner stelle freaky warst du oft in museen ja ja sarah liebte musik das mädchen hat mich in jedes verdammte museum von texas geschleift sieht aus wie eine giraffe ja da hast du weicht hey wirst du reizend sag ich doch hast du das etwa gewusst ach es gefällt dir nicht wir können auch wieder gehen Jetzt sag nicht, das geht. Ach, na klar geht das noch. Sehr mechanisch. Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay. Versteh. Das ist echt cool. Oh, okay. Hey, hey, Dicey. Sie haben es überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind Sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. Was ist hier? Wir können noch nicht gehen. Es gibt hier noch viel zu sehen. Oh, shit. Okay. Wow. Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die Echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Okay. Wir können uns einfach alle Helme aufsetzen. Sehr gut. Okay. Nach dir. Vorsicht. Wow. Was zum Teufel? Okay. Wow. Wow. Das sind eine Menge Knöpfe. Wow. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Schließ die Augen. Du wirst es mögen. Okay. 30 Sekunden, dann counting. 20 Sekunden, dann counting. T-15 Sekunden, guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have liftoff. 32 minutes, 5 to the hour. Liftoff on Apollo 11. Not so. 1, 10, 10, 12, 35. War das okay? Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Ja. Willkommen auf der Erde. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Höre endlich auf damit! Na dann spring doch mal rein! Wir müssen noch mehr erkunden! Geronimo! Toh. Hey, heb mich da rein. Also, ich weiß nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Okay. Ja. Und hoch. Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann, sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich geh außen rum. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Hier gibt's Sinosaurier. Und du auch.